Echt? Wir sind nicht mehr bei denen drin. Warum? Keine Ahnung, ehrlich. Wie das so kaputt, ne? Wir sind jetzt irgendwie einfach aus der Mission raus. Ja, dann lass sie einfach zu top. Wir waren ja eh auf dem Weg. Vielleicht haben wir uns rausgekickt. Nein. Wir waren ja mitten auf dem Weg und auf einmal haben wir das verlassen. Ich glaube die auch, oder? Ne. Na guck mal, die bewegen sich nicht mehr vor und zurück. Oh, ich bin freigetreten, äh beigetreten. Ich bin nicht wieder dabei. What the fuck? Was ist das denn? Muss ich ja nicht verstehen. Okay, dann mach mal wieder mit. Ja, das ist, äh, glaube ich, was soll so sein? Ja. Das ist, damit die Leute sich nicht so sehr langweilen in dem Spiel. Mhm. Das sind so random Ereignisse wie Server Disconnects, Server Crashes. Das ist einfach nur so. Das ist, um die anderen abzuschütteln. Ja. Ah, da sind ja alle wieder. Ah, okay. Hey, ich hör so einen Typen da vorne. Der hat immer so ein Code-Fragment dabei. Ein Code-Fragment. Ach, der hier. Ja. Ich hab noch nicht so richtig zuordnen können, wofür das ist, ne? Ja, du brauchst einen sechs- oder achtstelligen Code, je nachdem in welchen Bunker du gehst. Ui, da fliegt eine Leiche. Und den Code musst du dann eingeben, um die Atommomme starten zu können. Und die Codes sind im ganzen Land verteilt. Ich hab bestimmt schon 15 mal Code-A-Schnipsel eingesammelt. Code-A. Code-A. Es sind immer verschiedene für Standort Alpha, Bravo oder Charlie. Oh, warte, hab ich ein Maschinengewehr dabei? Ja, stimmt. Aber kann ich nicht tragen, weil es auf Stufe 45 ist. Haha, guter Witz. Würde dir ja meins geben, aber naja. Das ist wahrscheinlich auf Stufe 340 oder so. Was? Ich bin da selber. Oh, 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 oh. Hinter dir. Ja, guck mal, da ist so ein Shepard. Guck mal, da ist der. Ein Legendärer. Ja, der hat sich gerade hochgehält. Der ist stark, Mann. Aber mit dem ganzen Level, die wir hier haben. Ja, hast du gesehen, wie ich den weggemacht hab. Easy. Ja, easy. Ich hab mit dem legendären Gatling Laser. Cool. Ja, nice. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wie schnell das ging. Ja, guck mal, was da für Level-Typen dabei waren. Ja, so mein Level. 328. What the fuck, wie lange kann man da spielen, bitte? Ich hab äh, vorgestern angesehen, der war Level 538. Der hat absolut kein Leben. Hehehe. 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 So, und jetzt... geht's auf... Oh. Konsequo... Ja, jetzt können wir top of the world gehen. Wo sind wir denn? Da sind wir. Geradezu. So. Kurz mal die Waffe angucken hier. Die er gedroppt hat. Hä? Das waren Knallbären. Achso. Das Pirscher-Summenklinge. Kann ich nicht tragen, ne? Doch. Stufe 25. Ja. 100% Watts-Präzision bei 50% AP-Kosten. Wow, der macht ja 7 Schaden. Yeah. Der sieht so billig aus. Du hast ihn gerade auch angehitet. Außersehen, der könnte dich jetzt einfach töten. Ja. Der macht Hilfe. Schnell weg. Ja, wenn er dich nicht anhittet, dann tut er dir auch nichts. Ich habe ihn zum PvP aufgefordert. Ja. Die Kohlschnipsel, die wir einsammeln, sind bestimmt braun, oder? Ja. Genau. Die sind grün, gelb, alle Farben, Mann. In der Welt ist alles möglich. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Hatte ich nicht noch irgendwie eine Waffe bekommen oder so? Ne, eine Rüstung hatte ich bekommen. Ich habe, äh... Das ist Stufe 50, ja moin. Ähm... Ich habe einen Gatling Laser bekommen. Echt jetzt? Oh, scheiße. Als Waffe? Ja, ja. Ich habe... Ich habe... Das ist Stufe 25. Aber nur 21 Schaden. Äh... Ich habe ja schon genug zu tragen, also... Ach so. 35 Kilo kann ich aufnehmen. Ich guck mal kurz, wie der Schnitter ist, ansonsten kommt der auch weg. Das Ding ist, was du in der Hand hast, ist, äh... Murks. Nein, das macht sieben Schaden die Sekunde bestimmt. Sieben? Das ist ja viel. Ja, aber... Pro Sekunde? Ich würde dir meine Axt gerne geben, wenn ich könnte. Die... Die macht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Also 250. Boah, das macht... Richtig Schaden. Moment. Boah, da sind ganz viele... Näher uns passiert ja nix. Von daher... Das ruckelt. Ich will jetzt sagen, ne... Aber mein Schwert macht mehr Schaden... Wahrscheinlich, als meine Gewehre. Ach so. Haken tot! Der Schaden ist nur auf mich fixiert, ne? Natürlich toll. Kannst alle Gegner schlagen, verprügeln und die schießen nur auf mich. Naja, du bist ja auch ein bisschen vom Level, ne? Bin ich gar nicht. Du darfst die eines einmal nicht... Das war jetzt keine Beleidigung. Hey, Redex. Dein Tresor. Joho. Oh, das ist bestimmt was cooles drinne. Ne. Die... 0... 03er-Skills sind scheiße. Ein Fixor, danke für deinen Host. So vielesens Skill 2. Vielen Dank. Womit habe ich das verdient? Welch Ehre. Vielen Dank und herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Ist alles gut. Ist alles gut. Ich wurde gerade gehostet. Oh. Von wem? Oh Gott. Ja. I am Fixor. Wahrscheinlich habt ihr auch gerade Fallout gespielt, oder? Habt ihr auch so eine perfiden Serverprobleme gerade? Boah. Also ich... Dreimal ist es bei mir mittlerweile abgestürzt. So, ich hatte doch jetzt noch immer irgendwas aufgehoben, hast du Klamotten. Ach, müssen zu raus, okay. Oh, hier zack. Siehste, gleich mal eine bleiverkleidete Rüstung für den Arm gefunden. Da ist noch ein Tresor in dem Ding drin, wenn du den aufmachen willst. In dem wo, da drin? Na, in dem Ding war ich doch gerade drin und hab die aufgemacht. Achso. Oh. Skills Stufe 2 notwendig. I am Fixor, danke für deinen Follow. Hallo und willkommen in der Community. Doch, doch, hab ich. Klar. Oh, ich hab eine Schatzkarte gefunden. Technische Daten. Kannst du meine Schatzkarten alle haben, wenn du möchtest. Jaja, ne, da hab ich auch mega Bock drauf. Ja. Durch die Gegend zu stolpern. Die sind auch sehr präzise. Jaja, das dachte ich mir. Das ist so ein schönes Bild drauf und das war's, ne? Ja, genau. Und da sieht ja alles gleich aus, so. Ja. Gibt's halt diese prägnanten Punkte auf der Karte, erkennt sofort auf dem Bild. Ah, ja, genau. Ja, genau da ist es. Ja. So. Boah. So ist dieser Weg zwischen zwei Punkten, ist immer noch eine Gerade. Zack, zack. Ah, wie ich das hier gemacht hab hier. Das ist bei mir immer so ein Skorpion. Ja, bei mir kam auch immer einer aus dem Boden und hat mich direkt niedergestreckt. Ah, da ist einer. Ah, ne Zecke nur. Okay. Glück gehabt. Oder? Ja. Also hier ist ein Hügel aber. Ja. Hier wurde auch gerade gesagt, ein Fixer hat gerade auch gespielt und die hatten zwar keine Server-Crashes, aber extreme Lacks. Ja, das hab ich, hab ich gerade auch hier bei dir. Lacks, krass. Richtig übel am Lacken. Das ist ja Quatsch. Was? Widerliche Zecke. Achso, ich steck immer übrigens in den falschen Schadstuhl hin. Ah. Bei mir ist aber auch gerade richtig am... Läuft gerade richtig. Bei mir geht's, muss ich sagen. Welche Etage? Wir wünschen uns noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut. I am Fixer und danke nochmal für deinen Host. Sehr nice, sehr nice. Was? Ja, die Leute, die das Spiel spielen noch, die müssen zusammenhalten, ne? Äh, haben wir hier noch was Interessantes? Ne. Eigentlich heb ich hier immer so vier, fünf Patronen auf. Ist ganz viel interessanter. Warum ist denn das so am Lacken gerade? Das kann doch nicht sein, aber... Ach, Frau, ich liebe dich. Will Hans Entertainment. Einen wunderschönen guten Abend, hallöchen. Weil die ganzen Toten... Willkommen. Und aus Liebe zu ihm hat sie was ziemlich Dummes getan. An Heiligabend hat sie versucht, einen Überfall auf Charleston zu starten, um ihm was Schönes mitbringen zu können. Dabei wurde sie getötet. Wir konnten die Leiche niemals bergen. Ich hätte es ja selbst erledigt, aber... Naja... Ist ne persönliche Sache. Also, um den Hauptschlüssel für das Versteck mit den Passwörtern zu erstellen, die sie gefunden haben, brauche ich ein Holobandprogramm, das sie dabei hatte, als sie starb. Wie viele Quests denn noch, bitte? Eventuell müssen sie die Aufzeichnungen der Stadt durchgehen, um herauszufinden, wo man sie begraben hat. Ich würde mit dem Capital Building anfangen. Das ist die letzte Sache. Ich schwöre. Dann ist alles in Butter. Treffen sie mich beim Versteck im Keller der Skihütte, wenn sie das Holoband haben. Och, die geht mir gar nicht auf den Sack. Ja, ich weiß, was meine Chem aus ist. Ich mach das manchmal, wenn jetzt so Quests vorgelesen werden und so. Damit die Leute, falls der Ton zu arg ist, auch mitlesen können. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler Fallout 76 mittlerweile noch hat. Nicht viele. Also, wahrscheinlich spielen alle auf dem gleichen Server momentan. Ja, also, ich glaube, die, die das noch spielen, sind die Fans der Serie. Das neue, was jetzt rauskommt, das wird bestimmt toll werden. Also, die neue Fallout. Das in San Francisco oder sowas. Ja, davon hab ich noch gar nicht gehört. Ne? Ich schon. Der Kombo hat mir natürlich ganz entspannt nochmal Fallout 3 geschenkt. Klassiker. Das soll ja auch Remastered rauskommen. Ja, und das Problem ist, dass Fallout ja ewig geht. Ich glaube, Fallout 4 habe ich anderthalb Jahre gespielt. Also, mit Pause zwischendrin. Schließt Rose Quest ab. Schließt Rose Quest ab. Ja, toll. Waren wir doch gerade. Suche nach Informationen über Rosalyn. Und zwar in dieser Ski. Ne, da. In die Skihütte müssen wir zum Schluss. Ach, da hinten. Capital Building in Charleston. Müssen wir hin. War hier nicht irgendwo eine Waffenfabrik Dingens? Werkbank? Waffenfabrik? Eine Waffenfabrik gibt's hier, ja. Eine Werkbank meine ich. Ja, am Bahnhof. Wo sich alle tummeln. Waffenfabrik. Da wo die Schüsse herkommen. Real Hands Entertainment. Danke für den Follower. Willkommen in der Community. Ich stürze, stürze, stürze. Oh. Vielen Dank. Ich bin direkt wieder krank, ne? Direkt die nächste. Alter, was ist... Ich bin so ein richtiger Scheiße-Magnet, ne? Ist leider so. Bahnhof, da wo die Schüsse herkommen, ja? Ja. Da ist doch ein Camp, der hat bestimmt eine Werkbank und so weiter. Ja, und kämpft wahrscheinlich gerade drum. Ach, der Mr... Ne, das ist doch Mr. Gutzi hier. Das Camp ist ja auch da, wo der Bahnhof ist. Ach so. Ach, da links ist der Bahnhof. Ja. Blind, hallo. Äh, ich geh mal zum Bahnhof links. Wusstest du nicht? Du bist neu hier. Bist du neu hier in dem Spiel generell, oder wie? Ach so, du meinst im Channel, ja. Dass meine Cam aus ist, ja, deswegen... Ne, alles gut. Beantwortlich natürlich gerne die Fragen. Da kannst du auch deine legendären Sachen verkaufen. Ein Appel und ein Ei wahrscheinlich, ne? Mal wieder. Äh, Waffen. Ne, die legendären kannst du hier mit dem Automaten verkaufen. Automat, Automat, Automat. Ach hier. Da sind alle legendären, ne, draußen. Hier. So spät, ich hab schon gedrückt. Ja. Ja. Warte. Da. Der da. Steht ja auch dran. Legendär Wechsler. Ja. Ja. Da bin ich da nicht selber drauf gekommen. Ne. Da kannst du halt alles eintauschen, was du davon hast. Was kriege ich jetzt dafür? So komische Points. Und mit den Points müssen wir eine ganz bestimmte Richtung reisen. Da kannst du die dann eintauschen gegen legendäre Stufen. 1, 2, 3 Nahkampf, 1, 2, 3 Fernkampf, 1, 2, 3 Rüstung. Das klingt ja schon wieder 1, 2, 3 verwirrend ey. Das ist ja. Oh man. 1, 2, 3 Sterne weißt du? Ja. Was bringt mir mehr das oder bringt mir Geld mehr? Das kommt drauf an was du dann aus dem Automaten von dem einen Typen ziehst. Ach Gott. Ich sehe ich, wir spielen nie wieder alleine spielen. Wenn du die legendären Sachen hier beim Händler verkaufst, kriegst du dafür echt einen Scheiß. Die musst du dann schon bei dir in deinem Camp verkaufen. Jo, da habe ich noch nicht viel zu stehen, muss ich dir gestehen. Oh man. Ich kann doch gerne mal in mein Camp. Du bist neu bei beidem. Ja, das ist nicht schlimm. Man muss sich ja auch immer wieder neue Sachen angucken. Real Hans, ne? Entertainment. Achso, Fallout 76 würde ich auch gerne mal spielen. Werde ich nächsten Monat machen. Hoffen, wenn meine neue Kiste ist bis dahin da. Schafft deine alte Kiste das nicht? Magier. Ich tausche das jetzt einfach mal ein, ne? Ich glaube, irgendwas habe ich hier. Die Brustplatte würde ich gerne behalten, weil die außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit regeneriert. Das kann weg. Musst du den Skill nehmen, äh, Gollicht. Durch Strahlung regenerierst du Gesundheit. Aha. Sehr gut. Hau ich meinen schwarzen Diamant weg, mein schwarzes Diamantmesser? Das macht 76 Schaden. Messer? Ja. Ja, für Nahkampf. Ja, gegen so eine Todeskralle. Warum nicht, ne? Ja, da kann ich ja wieder irgendwas nehmen. Ja, da findest du so viele Sachen noch bis, ne, 28. Aber die Wache behalte ich. Das ist die, die, äh, das brennen lässt. Ich weiß, dass ich jetzt, ich habe hier bestimmt noch legendäre Gegenstände in meiner Kiste. Moment. Überall wo ein Sternchen ist. Kann man die irgendwie filtern? Ne, ne? Ähm. Das war ja schon immer so beschissen. Ich glaube nicht, nein. Vor allen Dingen, wenn die so, die Mods sind, haben auch immer so lange Namen. Ist immer supergeil. Ja. Da kannst du ja natürlich noch umbenennen, ne? Sonst ist es ja nicht, aber trotzdem. So, hier haben wir das Berserker 10mm Maschinenpistole. Stufe 10, das Fanatikerslinke, ja. Gut, dass ich nichts wegschmeiße, ne? Die Leute sagen immer, ich bin ein alter Kleptomane, aber in Wirklichkeit hebe ich alles genau dafür auf. Gut ist auch, wenn du die Waffen, die du findest, ähm, verwertest, weil dadurch lernst du die verschiedenen Mods und so weiter. Ja, das, das habe ich ja, das habe ich ja. Ich bin immer noch am Lernen, ne? Also es gibt zu viele. Dann muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich jetzt auch was in Kleidung weggebe, die geiler ist. Oh ja, so ein kleiner Kleidungsfetischist. Kennst du nicht dieses, dieses Meme-Bild, ähm, wo einer sagt, scheißegal auf das Set, ich packe mir immer alles an Klamotten an, wo ich die besseren Stats habe und dann sieht der aus wie so ein zusammengewürfelter, keine Ahnung was, Schrotthaufen. Nein, nein. Stufe 45, ja. Minus 15 Schaden durch Verbrannte. Würde man sagen, das kann weg. Ich gucke auch immer nur auf die Schadenswerte, ne? Also, oder auf die Schadenswerte und auf die Rüstwerte. Das kann alles weg. So, wenn sie wollen, können sie mir gerne mal in mein Zuhause folgen, ich muss mal kurz von der Power was zu reparieren. Ja, ich müsste auch mal ein bisschen was reparieren. Aber erstmal muss ich die Waffen wegmachen hier. 24 Punkte Schaden. Was soll ich machen? Versucht mehr Schaden, je näher deine, je niedriger deine Schadensresistenz ist, aber es ist eine Stufe 10 Waffe. Ja, nee. Oder soll ich lieber die nehmen, die Brandschaden macht? 24 Punkte. Die Brandschaden ist besser, die Brandschaden ist dann nochmal zusätzlich. Ja. Echt hat er. Des Fanatikers Marienrüstung könnte ich vielleicht noch aufheben. Erstmal mal Musik machen hier. Ich habe einen Kunden. Echt jetzt? Ja, klar. Komm mal, wir haben einen schon richtig umgebaut. Ich habe auch ein Restroom für Leute. Können da pennen und sowas. Kannst auf Fernsehen gucken, nur es kommt kein Bild. Es kommt kein Bild? Ja, nur dieses Notfallbild. Das ist ja geil. Da will ich mich doch gerne, gerne hinsetzen. So, wo sehe ich denn jetzt die Scheine? Ach da, 36. Ja, ist doch nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich packe mal das, Marine Rüstung, linkes Bein packe ich wieder rein. Klabotschki. Klabotschki. Du meinst das Bild hier? Ja, im Chat ist das Bild gerade. Ich glaube, Koala hat das reingepostet. Und Koala hat auch nochmal nett reingelootet. Du probelst immer und isst den Mist, wenn du dich ausblendest. Gib es zu. Nein! Nein! Nicht nur, dass er klaut wie ein Rabe, er sammelt auch wie ein Messi. Ja, das tut mir leid. Jetzt wurde ich enttarnt. Ich muss offline gehen. Das ist die Veranlagung. Du leidest an Nährstoffentzug durch Parasiten, Herr Herzlichsten. Die Krankheiten gehen auch von alleine weg nach einer Gästenzeit. Ja, irgendwann tun sie das, ja. Ich bin bei Arctus Pharmaka. Ist nicht weit weg. Da ist das, täglich das Event. Genau deswegen stehe ich hier. Ich bin ja gleich bei dir. Beruhigen sie sich, ich bin ja gleich bei ihnen. Oh Gott! Oh Gott! So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Ein bisschen. So. Wo bist du genau? Irgendwo da? Parmakar Arctus, da oben. Ich kann ja direkt zu dir reisen, ne? Ja, natürlich. Schnelle Reise. Geht auch ne langsame Reise? Ich stehe im Absturz wahrscheinlich. Erstmal aus meiner Power-Rustung raus. Wenn das nicht abstürzt. Hier, bei dir sieht es ja wirklich aus wie hier. Na, bist du da? Guten Tag. Guten Tag. Schauen Sie sich um, Junge her. Oh Gott, ich fühle mich hier so richtig unwohl, ne? Gleich kommt es so. Möchten sie den Vertrag abschließen? Wir können auch gerne bei uns übernachten. Das ist gar kein Problem. Ein Verkaufsautomat. Bringt dir das was, wenn ich dir jetzt hier Sachen bei dir verkaufe? Ja, mir bringt das Geld, ne? Und mir nichts, oder was? Ja, du kannst bei mir nichts verkaufen. Du kannst bei mir nur kaufen. Echt? Aber ich hab doch hier... Versuch's mal. Was? Äh, geht nicht. Hast recht. Ja. Das ist ja scheiße. Das ist ja... Das ist ja gut. Aber ich kann deine Vorratskisten plündern. Eine mittlere Vorratskiste kann ich plündern. Ja, da sind aber auch nur deine Sachen drin. Ich jetzt? Ah! Wie gemein! Äh, ich wollte in der Tat mal hier Waffenfabrik herstellen. Nein, modifizieren, ja. Du könnt in die Waffenfabrik, wenn du möchtest. Du könnt die einnehmen und dann kannst du deine Munition herstellen, was du möchtest. Da können wir auch Blei produzieren, Aluminium und Silber. Alles was man braucht, um Munition herzustellen. Äh, ne, ich glaub das ist alles in Ordnung. Wollte ich nicht eigentlich Waffen verwerten? Ja. Aber ich hab glaub ich gar keine mehr. Ah, komm, jetzt schenke ich dir noch mal was und das... Du hast doch bitte dieses Mal trinken, nicht so wie das letzte Mal. Ich hab das getrunken! Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das getrunken hab. Ja, weil ich weg war und du noch immer in der Bude warst, deswegen. Ja, warte, jetzt dürftest du dir ankommen. Weil dann ist auch die Sicht alles anders. Ach, Nukaschein. Ja, das hatte ich doch schon mal, dann wird die Sicht doch ganz komisch. Aber du bist da geblieben. Ich bin bei Todeskrallen aufgemacht. Ach, sowas gibst du mir immer. Sie sind ja... ...gar nicht vertrauenswürdig. Dann kann ich jetzt hier erstmal meine Kaliber 50 Maschinengewehr ablegen. So, wenn ich jetzt hier bastel Werkstatt, wo kann ich... Hier muss doch irgendwie eine Klamottenwerkstatt sein, ne? Äh, ja, drinnen bei mir im Haus. Oh, jetzt bin ich auswärtswürdig zu deinem Bett gelaufen. Ja, leg dich ruhig hin. Ich komm gleich nach, ne? Genau. Ich hab ja mehrere Betten. Ne, das ist draußen. Das ist für die Gäste. Hier drinnen ist, ähm, oben ist mein Schlafplatz. Ich wollte es doch verwerten, hab ich jetzt schon wieder... Ja. Achso, wenn ich jetzt die Klamotten hier verwerte, bringt mir das dann direkt was für die Klamottenherstellung, ne? Je nachdem was, ja. Ja. Ich guck dir mal mal arbeiten zu. Ich frage mich gerade, wo meine Brustplatte ist. Klamotte? Äh... Oder hast du sie am legendären Automaten eingetauscht? Ich... Ne, ich hab's wieder an. Aber wenn ich jetzt hier sage, ich möchte gerne Gegenstände verwerten... ...und sage, ich möchte diese Metallklamotte... ...verwerten... Gehst du auf Klamotten? Ja. Und dann sagt er, okay, verwertet das, aber es levelt irgendwie nicht den Herstellungsdingens auf. Okay. Was hast du schonmal gemacht? Naja, wahrscheinlich ist das einfach nur... Reden wir nicht drüber. Ähm... Reparieren wir mal meine Klamotte. Wer ist doch da in meinem Haus? Jetzt ist Schluss hier. Jetzt ist aber Schluss. Was ist hier los? Na, er macht da einen Daumen hoch. Er kommt da bei mir rein. Man muss hier auch so viele Tasten drücken. Hier hat sich dann das ausgedacht. Man könnte jetzt was sagen, aber... The... Ah... T... und R... T... und R... Das wäre rechts von dir gewesen. Jetzt ist es zu spät. Oh Mann. Sehr gut. Sehr gut, eine 3. Die Waffen gehen alle noch. Muss ja auch nicht zu viel Mats raushauen. Verbessern kann ich ja gar nichts mehr. Warte mal, Waffen. Ich teile hier auch wirklich nur noch das an, was ich wirklich brauche. Boah, ich bin ganz erschrocken. Hast du mich gesehen oder wie? Ja, das war zu krass. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wo ich hinreisen muss. Ach doch, hier unten. Immer lebe ich meine Klepto immer nie nur in Spielen aus. Das ist wohl richtig. Frag ich jetzt mal. Habe ich jetzt noch wirklich nichts vergessen? Ich weiß nicht. Hätte meinen Schrott lagern können, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, jeder vergessen. Na ja. Also die Leute können sich schon auf das Fallout 76 Gameplay freuen. Ich glaube, mein Fallout 4 Gameplay hatte... Warte, das 200 Folgen? Das dürfte ja dann endlos werden. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, da. Was sollst du da tun? Ich weiß gerade. Ach so. Jetzt habe ich leider dem allerguten Mann hier die Tür aufgemacht. Das wollte ich gar nicht. Das ist der bei mir reingegangen und ist bei mir zu Hause anbaut. Schön. Wenn ich die Tür zu mache, ist das ja verschlossen, weißt du? Da müsste der ausbrechen. Als ich das letzte Mal nachher gesehen habe, stand, dass Capital Building noch, wenn es irgendwo Aufzeichnungen darüber gibt, denn dort. Hoffen wir, dass sie nicht die halbe Stadt umgraben müssen, um zu finden, wonach sie suchen. Ich warte da mal, bis der weg ist. Ich muss hier wieder irgendwas suchen, ne? Du hast mich nämlich letztes Mal schon eingesperrt da drin, ne? Ja, ich war so richtig da rausgeflogen, so, und dann standst du da. Ja, richtig. Und dann kam so... Ich glaube, das habe ich auch in einer Folge so benannt. Da Karl hält mich als Haussklaven, oder so. Also ehrlich. So, er ist abgehauen, endlich. Jetzt läuft es doch wieder flüssiger, ne? Also, ich weiß nicht. Das Spiel hat sich eingependelt. Naja, ich glaube nicht. Wir dürfen nicht darüber sprechen. Ja. Das ist nicht gut. Wir hören das. Guck mal, unten haben wir viele. Ich bin im Kapitol? Amtsgericht? Ich bin im Kapitol, ne?